Es hat gebrannt das Wochenende und wir haben ein Turnier am 12.07 und daraufhin wurde an mich herangetragen, wie wir es jetzt am besten machen. Da habe ich gesagt, gut, da lege ich nicht zwei Ballstellen tot und dann hupen wir her und versuchen das in der Reihe zu kriegen. So, da habe ich mich gestern von 15 Uhr bis 19.30 Uhr hingestellt, habe den Abund gemacht in der Werkstatt, so dass wir es heute aufstellen können und die Firma I&M als Tagewärm wird uns nachher mit dem Restmaterial noch beliefern. Und das soll heute alles fertig werden? Das versuche ich. Das versuche ich. Okay, mithilfe deiner Kinder. Hier, kannst du es noch mal fahren, wenn du den Zähnen hältst, mit dem Winkel und dann bleibst du hier jetzt praktisch hier auf Zähnen, die Mitte nehmen, die Zähnerpalten war das vorher, dass sie jetzt alles rechnen zu zwölf und wir machen es auch auf Zähne. Also springst du fünfe Reihenloch Mitte, aber dann nimmst du ja ein Tönig mit auf. Achso. Doch. Achso. Achso.